Okay, das wird ne Flanke. Oh. Warum ist denn jetzt der Sch... Ich klopf mal an! Jawoll! Ne, Andi dreht einfach raus. Danke! Sehr gut, Andi! Sehr gut! Aber sie im Brakes ist auch. Sie sind hier? Sie sehen es nicht, sie sind hinter uns. Gut, er ist doch Flash. Wir gewinnen als auch giga hart oder nicht? Ich komm auch. Aber wir kommen ja nicht ran. Ja, weil du keinen Pillar hast. Oh, sie turn! Das ist eine Box drin! Na, du hast kein Flash. Zack! 3, 2, 3, 3! Monäten! Oh, jawoll! Monäten! Ich morgana gewinnt man keine Lame! Ich hab noch nicht mal Lame gespielt! Der Champ ist ein Gigastit! Der Champ ist ein Gigastit! Das ändert nichts daran, dass der Champ nicht gut ist. Boah, der Champ ist giga OP. Ich lass sie doch jetzt mal in Ruhe. Ich hab Camp für eine Timo, okay. Der Champ ist mega? Was bist denn jetzt so? Problem, Leute. Das ist eigentlich immer so persönlich. Weil du ein Hupen so ein... Gut. Das ist ein Punkt. Welche Boss hat der? Welche Boss hat der? Blubuff. 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 Danke, Jungs, für die Info. Blubuff. Da kommt der Farbenlinde. Was hier passiert? Das ist heiß. Heißt das? Ich hab den Turbo gezündet. Warum gehst du denn raus, wenn es heiß ist? Der Turbo ist gezündet. Das war mir zu heiß. Ah, ich werde mal Sahat. Oh, der schon Level 6. Er hat kein Mana. Bist du bescheuert? Oh, es war eine Falle all along. Oh, ich bin doch wieder Trepp. Äh... Das ist giga nervig gegen den... Durch den Bogen, Mann. Bam! Mach hier bloß kein Risiko, Meiser Haar. Du könntest ja das Spiel spielen. Oh! Das ist ja sehr kreatives Play hier von dir, Meiser Haar. Da habe ich ja gar nicht mit gerechnet, dass du einfach eher drückst, wenn Gang kommt. Wow! Naja, cool. Dass er das einfach machen kann, ist ja kein... Naja, immer hatte ich Seiko dabei. Ey, das ist ja richtig kreatives Gameplay von dir. Ey... Ich kann da ein Flash doch einfach, ne? Das ist ja so ein Affe hier in der Mitte. Der Affe war gerade top und hat geflaggt. Ja, ganz ehrlich. Trash. So. Ich lebe einfach random. Jungs, wenn er geboren wird. Ich weiß aber nicht, ob wir den Drag jetzt machen können. Am Plässchen, jetzt kann ich nicht kommen. Ich muss auch gleich mal Sache hier aufhalten. Oh! Anscheinend geht's los. Ich bin... Ich bin am Start. Mach halt nichts gegen diesen... Du kannst halt alles pinken, was du willst. Wo bist du denn, du Passe? Ich bin einmal reingecute, dann hatte ich kein... Ich kann das alles nicht mehr mit diesem Champion. Ich mein... Seiko. Passe! Smite in Drake! Passe! Smite in Drake! Äh... Ja! Hier kommt der Flieger! Das wusste ich nicht. Jungs am 11.09. Hast du auch gesehen? Ja, hab ich gesehen. Ist auf Kamera. Du kannst du denken? Ja, ich versuch's. Stark. Oh, hier nimmt man den First Tower da unten. Ich bin ja untröstlich. Ja, und du kriegst noch richtig viel Gold von der Meinen Tower. Nee! Gibt's First Tower noch gehen bitte? Ja. Ja. Hat den ersten Turm zerstört. Gibt's noch First Tower? Gibt's noch nie? Gibt's noch First Tower? Gibt's noch mehr, wenn du noch ein Horror hast? Ist der in der First Tower? Ist der in der First Tower? Ist der in der First Tower? Ich werde dreimal von diesem Hufen-Affen gebeten. Gibt's noch ein Hufen-Affen? Ja, warte, ich geb mir mal eine Sekunde an Move. Ja, warte, ich geb mir mal eine Sekunde an. und der flieger du wolltest ich wollte ganz offensichtlich solo haben ich habe ja auch keine ulti war auch okay das wird doch flanke ich habe ihn warum ist denn jetzt der scheiß affe ich glaube man ich werde 8,7 sekunden sie sieht jawohl ich bin hier im flank ich bin schon mal eine ulti oh das ist cool pp und jetzt zum büren mit euch naja du kannst du haben okay okay cool ist das saftig kommen ein bisschen ja mal so ein kleines bisschen ne 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 fahr mal von da hinten die wave wie man es halt auch das springt ins gebüsch über den hause dragon ja ich bin auf dem weg weg damit piu 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 oh ich habe vergessen zu resetten mit dem ja das habe ich mal wieder einwandfrei runter gespielt hier wenn er mir das gar nicht einwandfrei runter gespielt hat ich eile auch ich darf mich nicht bewegen kann ich wenigstens jetzt noch mal irgendwo ins dann dran schmeißen ist doch unerhört ja gut ich schaffe ich wahrscheinlich nicht das ist ja wirklich so frech von allen ich bin alt ich bin alt annie ja das steht pp so was willst du ja ich hatte nein ich kann auch von bern tanzen tanzt ja nicht mit uns recht aber auch bei den tanzen ok als ob der bern tanzt du meinst die haben eine neue animation extra gemacht ja ja haben sie ja ja der tanz ja richtig gut mit ja ich sehe wie der tanzt richtig guten tanz hat er passiert mit ihm der tanz oder was ich weiß dass wir für den genau so lange gebraucht wie für bern ich habe jemanden habe noch jemanden dass er unfassbar den nicht mehr